Was du bei deinem Supra jetzt gemacht hast, auch bei mir gemacht. Jetzt ist er festgebackt. Alter, wo ist der hin? Alter. Ja, was du jetzt gemacht hast bei meinem, mach ich bei deinem auch jetzt auch. Ey, wo ist der hin? Ich weiß, wo ist mein Skyline überhaupt? Was ist das denn hier? Das ist doch da der... Ist doch hier der Dingens, wenn man reinkommt. Ach so, der Bahnhof, ja. Wie, innen drinne sieht man nichts. Ich hab ein Cockpit bei mir drinne. Was ist das denn hier? Apotheke, warte mal, da kann man rein. Ja. Ich geh mal mit. Warte auf mich. Oh! Alter! Ey, warte mal. Funktionieren die auch? Entschuldigung, wollen wir ein... Oh, wo? Ich bin ausgelassen. Weiß nicht. Ich auch nicht. Leute, das sind Türen wie Nightmare House. Ist dir das mir aufgefallen? Guck mal, da sind original die Türen. Cool. Oder? Links oder rechts? Hallo, wir haben die Türen von Nightmare House. Äh, die Aufnahme ist grad kurz abgekackt. Alter, jetzt sind ganz viele Räume. Geschlossen. Offen. So, hier ist der Zahnarzt. Oh! Äh, setzen Sie sich bitte. What the fuck? Voll creepy. Ich kann hier noch von Half-Life. So. Hilfe! Ich häng fest! Jetzt nicht mehr. Da, äh, ich häng immer noch fest. Ey, so weg damit. Hallo. Hallo. Die Tür geht auch auf. Oh! Von Half-Life! So schön. Neeee! Ich leg fest! Alter! Ich will hier raus! Was? Bist du jetzt mal fertig? Half-Life! Mann! Jetzt zieht der hier meine Half-Life-Dinger leer. Hallo! Wie schlägt der sich zum Stuhl? Ach, Half-Life! Warum hast du das nicht leer gemacht? Jep! 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 Na, egal. Jep! Jep! Ey! Arschlocher hier! Auf der anderen Seite gibt's auch noch was. Warum ist die Tür eigentlich verschlossen? Weiß ich nicht. Weil da irgendwas gruseliges drin ist. Ja, kann sein. Die ist auch offen. Die hat aber kein Half-Life-Ding. Doch, die hat ein Half-Life-Ding! Du hast echt Spaß dran, ne? Nein! Das gibt Schild! Bist du! Alter! Hi. Du kannst die Dinger auch auffüllen. Du musst es eh halt festhalten. Ich bin voll. Ich kann keine mehr nehmen. Ja, ja. Ähm, was? Was? So, wie soll ich so am Franz-Halle? Jo, hier sind wir wieder bei den Morio Baden. Wollen sie im Stuhl? Wollen sie im Stuhl? Wollen sie im Stuhl? Wollen sie im Stuhl? Scheiße. Wollen sie mal auf den Stuhl? Komm, sitz dich hin, ich fahre dich. Ey, mal, guck mal der Stuhl. Alter, warum klemmt der da? Wo? Der geht nicht mehr. Alter, die Tür spuckt rum. Alter. Geh mal weg hier. Ey! Alter, was? Alter, der Stuhl! Wo? Das war der Stuhl. Wo bist du hin? Der ist schon wieder rausgerannt. Äh, äh. Warte auf mich, ich will nicht allein in der Klinik bleiben. Alter, was machst du da? Die Türen gehen nicht mehr zu deswegen. Alter, lass mich jetzt hier raus. Ich will hier raus, verdammt. Alter. Ich will hier raus. Alter, jetzt häng ich ganz fest. Du benutzt mich gerade, hör auf. Alter, lass mich mal los, im Ernst jetzt. Ich hab mich voll festgebackt jetzt. Dankeschön. Ich kleb übrigens... Hallo? Hilf mir mal! Ich kleb fest! Ich komm... Ich geh mal bei der Polizei gucken. Flo! Ich komm hier nie raus, Mann! Ja, klasse. Wir müssen mal kurz die Aufnahmen unterbrechen. Da kenn ich, wie du wolltest mich mal da reingepackt hat, ey. Der Backfisch, ey. Was knackt hier so? Alter! Flo? Flo? Hilf mir mal! Jetzt zieh mich hier raus, Mann! Dankeschön. Die Tür gehen mir rauf. So, komm, wo ist die Polizerwache? Rühne. Wo ist denn ein Supra? Ach, hier ist die Polizerwache. Alter! Was denn? Alter! Das sieht genauso aus wie der Raum, wo Mangele kamen. Alter! Mängel steht vor auf Stangen. So, was haben wir hier? Wo ist denn das hier? Oh! Ganz! Ganz groß! Alter, lass es! Ich will nicht mehr rumpacken! Was haben wir hier drinnen? Oh, was ist das denn hier? Knöpfen! Knöpfen! Oh! Knöpfen! Oh! Ey! Alter! Gibt's irgendwo nicht... So, und wir sehen dann die Kenji nächste Woche. Alter! Nein, mach ich nicht. Aber hast du ja gerade bei mir auch gemacht. Warte, die richtige Tür... Warte ich! Ich sperre dich wieder ein! Gibt's hier noch weiter? Ne, ich hab doch gerade nachgeguckt. Da ist Feierabend jetzt. Ey, hier gibt's auch noch ein Feierdingens! Hallo, lass doch mal mit Supra hinfahren. Wir sind stylisch! Naja! Die paar Meter! Oh, guck mal, der Supra kann fliegen! Zoom! Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Das ist die A10! Ich hab ah, nein gesagt! Boah, Moment, Mama! Ich hab ne Idee! Geht das auf? Ne, das geht nicht auf! Oder? Da geht doch schon irgendwie auf! Also, wir sind da feiert, die paar und da aus! Oh, ich muss die ganze Zeit furzen! Oh, guck mal hier! Oh, oh! Wie ist das mit dem Wolf hier? Vergiss es! Oh, oh! Kenji! Ah, hier kriegt man die Dinger auf! Oh, oh, oh! Ah, gleich ist ne Feuerwehrstange! Brrrr, viel Spaß! Ah, hier kann man hoch! Ja, Feuerwehrstange! Je, wat ist das hier für Asyl Lackenheim? Feuerwehrstange! Huuu! Ach, wo ist das? 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 Hier! Das ist ein Textur! Schön, ne? Schön, Textur! Ey! Boah, Mann, du! Blöder Schrank! Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich hänge an der Lampe, Mist! Ich steh da nur vor und mach einfach gar nichts! Was? Wisst ihr, ist mal fertig verdammter Fall! Mein Gott, ey! Oh, schön, ey! Ey, lass mal den Skyline jetzt zurückfahren! Skyline? Ja! Gibt's hier noch irgendwas schönes? Alter, wo ist... Ja, lass doch mal mit den Skylines weiter gucken, Flo! Wir haben da noch ein paar Skylines... Warte, komm mal mit! Was? Ich bin aber schon weg! Ah, Mann! Hier sind die! Ich hab die gefunden! Alter, hier kann man auch rein! Glaub ich! Uäh! Alter, Flo! Initial-D-Style! Boah! Äh, was? Nein! Ach du, das ist, äh... Toll! Weißt du was? Wir nehmen den jetzt... Oh, nein! Ach ja, ich kann ja gar nicht fliegen! Äh... Weißt du was? Mach ich das? Äh... Alter! 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 Boah, ey! Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Wat? Wat? Alter! Was machst du da? Was... Zum Fick... War das gerade? Was machst du da drinne? Was war da... Ich glaub, du hast den Superverpackt. Kann das sein? Äh, wo? Alter! Wo fliegt der hin? Ich weiß nicht! Der ist gerade an mir vorbeigeflogen! Das ist schön! Ist das schlimm, wenn ich hier im Wasser reinfahre? Nein! Alter! Siehst du das, was mein Auto macht? Ja, klar! Wie tief ist denn das Zeug? Geht! Waa, Alter! Ich will da hoch! Ich kann mit dem Super... Mit dem Skyline rumfahren! Guck mal! Alter! Ich will da auch hoch! Lass dich hoch! Warte! Wo bist du? Alter! Scheiße geht nicht! Mh... 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 Seh das Auto mal hier in die Nähe! Deins oder was? Nein! Seh das Auto mal hier! Warte mal! Das Skyline! Warte mal! Du siehst mich geht runter! Steine mal auf die Haube! Ey! Wir sind Skyline! Soll raus da! So! Das Skyline kann da hinten! Ich will den nicht schmeißen sonst fliegt dann einfach durch die Map wieder! Ey ich komm wieder gar nicht rein! Und bist du jetzt mit deinem Skyline gefahren? Komm her. Warte. So, wo bist du? Da war genau hin. Stell dich hier hin oder da genau hin? Psst. Ich hör nichts. Hast du das Stöhnen gerade nicht gehört? Jetzt schreien. Was? Boah. Nein, ich hab da echt kein Stöhnen gehört. Was ist denn überhaupt? Das sieht aus wie, als hätte ich mal gebrochen. Ah, das hört sich auch so an. Warum nicht? Warum bist du eigentlich mit deinem Skyline rumgefahren? Die waren direkt um die Ecke, die Dinger. Nein, hier sind die nicht, Flo. Ich weiß. Genau da lang. Und jetzt geradeaus, glaube ich. Nee, rechts und dann geradeaus, genau. Und jetzt links. Alter, ich hänge hier überall fest. Da sind die nämlich schon. Was bist du jetzt davon? Übrigens dann. Alter, mein Wickel. Boah, toll. Jetzt ist die Karre festgebackt. Alter, Flo, danke schön. Du hast das gleiche, was du in deinem Supra jetzt gemacht hast, auch bei mir gemacht. Jetzt ist der festgebackt. Alter, wo ist der hin? Ja, das, was du jetzt gemacht hast bei meinem, mach ich bei deinem auch ins Auge. Wo ist der hin? Ich weiß. Wo ist mein Skyline überhaupt? So, hast du jetzt davon so verpackt. Wo ist mein Skyline-In-E-N-Z hin? Das soll ich verarbeitet, kann er weiterfahren. Das geht doch nicht. Alter, wo hast du mein Skyline-In-Geschmissen jetzt? Ich hab gar nichts drin gemacht. Toll, jetzt ist er weg. Kann wir suchen ihn. Kann wir suchen ihn. Ich hab ne andere Idee. Wo bist du? Alter! So, das hast du jetzt davon. Was hast du gemacht? Du hast einen Eintrieb auch angemacht, oder? Nein. Ich hab das Gewicht einfach nur erhöht von der Karre. Alter. Alter! So, jetzt hab ich den wieder normal gemacht. Lass mir mal mitfahren. Geht das überhaupt? Hi. Nein, das geht nicht. Wo ist mein Skyline jetzt? Ey! Oh, nee! Oh, fuck. Wo ist mein Sky... Wo ist mein Skyline, Mann? Hä? Ah! Gute Landung. So, wo ist mein Skyline? Jetzt darf ich V-Clip dann den anschalten extra, damit ich die scheißblöde Karre suchen kann. No-Clip an. Ja, liebe Zuschauer. So sieht doch aus, wenn man Genshi... Ach, da oben am Dach liegt der ja. Haha! Wie ist der denn da oben hingekommen? Ja. Hier ist das geil. Wo bist... Wo ist unser Lager jetzt eigentlich nochmal? Hä? Ja, wo war die Out-Sinn-Stellen? Oh. Hier ist das. So. Sollen wir weitermachen? Kommen wir hier... Oh. Flo. Kommen wir jetzt her. Ah, ich komme mir... Unschuldigung fürs Räumsen übrigens. Und jetzt rammen die Dinger nicht, sonst fliegen die wieder durch die Gegend, wie doofe. What the fuck? Cool. Hallo, gleich gucken. Alter! Äh... Ich hörte quietschen, gleich kommt Kenji. Alter, Abo. Jetzt können wir alle in Deckung gehen. So, wir können jetzt nicht machen, dank Kenji. Wenn du willst, weil der wieder irgendeinen Quatsch macht. Alter, wo kommst du noch von mir her? Ach, da bist du. Alter, ich hab gedacht, du kommst jetzt echt so angeflogen. Ich höre einen Hubschrauber. Schuhu. Alter. Schuhu. Hör doch jetzt mal auf. Komm, weiter. Du bist jetzt übrigens dran, ne? Was? Mit was? Ja, mit Auto aussuchen. Warte. Ähm... Wo bist du denn jetzt über... In der Luft. Alter, komm runter jetzt. Hey. Komm mal wieder runter, ey. Ja, wie auch gerade gedacht, leider. Wie sieht's denn mit... Was ist das mit dem aus? Äh, Hänger! Alter. McLaren kommt am McLaren. Wie ist der bei dir? Der hieß... McLaren P1. Bei TDM-Cast ist der drin. Ja, wie sieht der bei dir aus? Ähm... Verpackt. Nein. Wer, wer, welcher denn? Der hier vorne in mir steht. Ach so, ja, der ist... Boah, Alter. Lass doch mal deinen V-Cliff aus. Habst du das nicht ausgeschaltet gerade? Nein, hab ich nicht. Ach so, ich muss Gott sagen. Jetzt hab ich ausgeschaltet. Alter, ich denke im Boden. Ja toll, hast du schön gemacht. So, jetzt... Mach dir aus dem Boden raus und stell dich auf den Boden ab. So, mach V-Cliff aus. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Mach V-Cliff einfach. Dann drück V. So, ich hab V gedrückt. Was heißt der? Das kennt du die Wolves. Ich, ich, äh, komm. Alter! Nicht schon wieder. Toll verbackte Karre. Fuck. Dann komm jetzt runter hier. Ja, ich komm, keine Sorge. Ähm, wo haben wir da drin? Oh, bitte nicht verbackt. Nein! Alter, dein McLaren steht hier noch unten. Nee. Warte, ich, ähm, muss irgendwie wieder runterkommen. Ja, dann spring doch einfach. Das geht ja nicht, ich komm nicht über die Kanten. Boah, willst du mich verarschen? Dann spring auf die Haube von irgendeinem beschissenen flachen Karre. Welche Karre ist denn flach? Ja, der nicht. Was fliegt nah runter? Was war das? Ach du Scheiße. Kann ich da hoch? Erstmal... Das Ding ist, äh... Arsch. Ja, wir dürfen 30 Jahre auf Kenji gewollt warten, oder? Ich... Ah, fuck. Äh, jetzt geht's. Pass auf. Alter! Oh! Nein! Ähm... Was? Oh... Ah! Ah! Alter! Mein Auto hat mich gerade weggeschossen. Das war nicht lustig. Das war gruselig. So, wo bleibst du? Was tunen wir denn jetzt, Flo? Den hier. McLaren P1, okay. Wenn der überhaupt zu tunen ist. Ja, das ist eine coole Frage, ne? Da guck mal, hier will ich es vorher nach. McLaren. Huch! Sorry, der war gerade in dir drinnen. Mal gucken, was da rangeht. Was macht der mit seiner Physik an hier? Boah, du kannst ja echt viel dran machen. Wahnsinn, ey. Guck mal, meiner sieht bestimmt aus wie deiner jetzt. Alter, such dir ein anderes Auto, bitte. Warum? Ey, an dem kannst du kaum was machen. Äh, warte. Ja, tada. Voll viel getunt, Alter. Alter, die sieht aber nicht schlecht aus. Nee, komm, machen wir einen anderen. Das ist doch doof. Such dir etwas Japanisches an, das kann man immer gut tunen. Ähm. Du hast nur noch 80 Prozent Leben. Ich hab der Unsterblichkeit angemacht. Alter, was stellst du bitte an, damit du von der Unsterblichkeit trotzdem noch kaputt gehst? Bro, da kann ja nur der Kenji Revolts wieder sein. und was er hat es ja weggeworfen das kann so gut so so war bitte so wir brauchen wieder dann den kenten vor 20 Jahren vor neues Auto haben das Haus zu springen dann schafft er das nicht mehr achtet finden ich bin Prozent was ist das denn da wo Alter nicht vorgetunet was ist denn da für einer Alter Alter wie wie geil das Cockpit ist hallo Flo keine vorgetunten Dinger nein aber guck doch mal das Cockpit von der Waffe ja ich kenn das Ding doch ich hab da schon alle hier ist die ne ist sie nicht hier ist die Serienversion davon guck mal ey warten jetzt ich denke noch boah Alter hier geh raus ich denke mal noch aus jetzt immer noch ich denke mal noch aus 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 das kann du überhaupt nicht Ohne Scheiß Boah da klipp die klipp die raus Alter also den dann nicht NEIN was denn was hast du denn Skyler weggemacht super ne man Supra hä wie hab ich denn ich hab doch den Skyler zuerst ey den hier müsstest du jetzt dran Flo den hast du doch ausgewählt Mann das ist die Serienversion von dem den du gerade gefahren bist Alter keine getunten Autos ne ja ja wie wär's welchen nimmst du denn jetzt weißt du schon welchen du nimmst kann man ne oder ne den kann man nicht tun oder alter Inga ne ich glaubt nicht Stratus ich hab doch was gesagt such mal was Japan Leute kannst du wo ich jetzt oh ne den kannst du echt tun so ist kein ja dann lass den nehmen oder Abwohr Abwohr 8 na gut dann nehmen wir an Schia 37 auch nicht gewöhnlich für ein Tuningauto aber man kann's machen aber Bomber Guys S was sollte das jetzt schon wieder es sind die Profil aufmerksamkeit Barbar gar nicht ja genau was hast du denn hinten angestellt was Alter ach das ist ein ach wie geil Tja mein Lieber ach wie warum hast du deine Schnauze abgemacht das wollte ich eigentlich nach dem Back was ist denn Backpanel 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 ach das ist das das ist hinten die Lüftungsschlitze sind das Flo Backpanels falls du die gleich brauchst ach das ist ja geil coole Dinger ey kannst du daraus den richtigen Rallyewagen bauen hier geile Karre so was kommt als nächstes Exhaust ii ne da möchte ich den Originalen dran haben äh Hood Hood gibt's auch wieder mehrere aber ich mag dein Auto was du ausgesucht hast Pfff muts ooooh geile Dinger ooooh ich glaub der Mike hat einen gefallen gefunden Alter Alter guck mal voll die Crew guck mal guck mal bei mir alter guck mal ein Muster Alter hat er sonst weiter zu bekommen er hat doch ein Spoiler schon ne das sah ganz so aus als hat er separat noch dazu bekommen was ist denn wie heißt das Spare Tire was ist das denn Alter Falter was ist ein Spare Tire wo Spare Tire Lamps boah ach das ist ein Spare Tire ach die da oben pff das will ich eigentlich gar nicht Headlight Alter mach das Spare Tire ab so will kein Spare Tire drauf was ist ein Wendt Acht hat sie an der Seite Lüftungsschlitze er Alia Bawing das Wien der Entdeck ich will kein Schwarten und Wiener ist Nähe und gar keinen Weg Meldung ist echt komisch aus Flüchtling und schwarzen Leuten erläutert leuten das sieht aus wie ein Mazda 787 B und die Rallye Räder in dem Dorf mein Schwart ne ich lass den so Wheels Alter ansehen ne das wäre unfair alter ist es weg Martini er sieht genauso aus wie meiner hä meiner sieht genauso aus wie meiner ich mach gar keinen Vinyl besser dran ja genau wir machen lieber eigene ne ist aber auch keine schlechte Idee was du da machst ne das jetzt hier ja das ist verpackt Alter wenn du das nicht nimmst dann nehm ich das scheiß nicht schon ne ich guck gerade durch Alter da nimm ich das hier es gibt keine schlechte Idee cool wie sieht denn der von innen aus hat er was innen rennert Alter ist das geil wo flucht because I'm happy because I'm happy because I'm happy Minzblau nene ich krieg ich guck gerade die Farben durch was passiert denn wenn ich meinen umfärbe passiert da nur irgendetwas Alter ich will keine Tomate Dankeschön Alter jetzt lass es und wenn ich den grün machen würde nein ist immer noch komisch was mal wenn ich den schwarz machen würde jetzt sieht man den normal jetzt mach da an deinem Wagen rum lass mein Auto in Ruhe ey und wehe du machst das Gewicht da kaputt so gefällt der mir eigentlich ey ohne Scheiß ich find den sogar ganz geil so sorry Alter ich hab doch gesagt ändere da besser nichts dran ups aber mit rechter Maustaste kannst du glaube ich wieder weg machen ja wie kann ich das wieder rücksegnig machen ja alles auf Normalstellen wieder würde ich mal sagen Boah ein Tag Flo Flakka 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 Alpaka oh ah jetzt geht's wieder ok was machst du da gar nichts ich guck dazu du hast die Dingens geändert du Sack was was hab ich geändert das war vorher doch Carbon was war Carbon ja ja ist doch Carbon guck doch mal da drauf ja aber eben nicht ja weil du das schwarz gemacht hast dein Auto ja ja ich bin so real ich bin inkompetent alter wo renn ich hin tja und ich bin inkompetent oder was der ist so tief der war da kommt man draufsteigen boah am liebsten würde ich jetzt mit dem Dingern übers Gelände heizen weißt du das mhm aber wir haben ja jetzt ne Geländemap alter tja scheiße müssen wir aber Map wechseln mhm meine Aufnahme ist abgescheuzt ich hab eben ey Flo sollen wir Map wechsel machen eben Map komm ich will Map wechsel machen aber müssen wir die da nicht speichern in die Karin na die können wir doch sowieso jetzt gleich wieder von neu machen dann starten wir soll ich auch nicht einmal ne Testrunde machen können wir doch gleich beim Gelände machen naaa da können wir die Dinger richtig fahren so wir sind uns gleich wieder wir wechseln mal eben kurz Map bis gleich passiert übrigens nicht ist ein Vehikel